Hallo zusammen, hier ist wieder der Chila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asset unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Es geht nämlich heute um den Erfolg Kampf-Safari und für diesen müsst ihr alle Pet-Battle-Fiecher in komplett Battle for Asset dort einsammeln, also sprich sowohl auf Kul-Tiras als auch auf Zandala. Und ja, das sind einige und als schicke Belohnung gibt es hier dieses Flatter-Fiech, das gerade neben mir rumfliegt. Und zwar heißt es der Schreckenszeckensauger und ja, das ist, denke ich mal, ein ganz passender Name. Es ist genauso hässlich, wie man es sich vorstellt, wenn man was von einem Schreckenszeckensauger hört. Gut, genug davon. Wir schauen uns jetzt mal an, wie viele Pets sind. Es sind schon ein paar, aber man hat in vergangenen Eltern schon mehr sammeln müssen. Also es geht und zumal ich sagen muss, es ist jetzt gar nichts dabei, was so richtig hardcore-assig ist. Also wo dann irgendwie nur hier Mitternacht jeden dritten Tag spawnen oder irgendwie sowas. Ich hatte das alles in einer relativ kurzen Zeit mit zusammengefarmt. Und ich will euch jetzt mal grob zeigen, wo die ganzen Farmspots sind und jetzt nicht quasi jedes einzelne euch zeigen. Also ich will euch zeigen, wo ihr quasi, welche Wege ihr am besten lauft. Und zwar fangen wir da gebietsweise mal an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Zandala und zwar schauen wir da erstmal die Mobs an, die Nazmir sind. Und zwar, ihr seht, ich habe oben Nazmir eingegeben. Hier unten sind noch ein paar, die ihr über Marken kaufen könnt. Übrigens, es gibt verdammt viele, die ihr über Marken kaufen könnt. Also sammelt diese neuen Pet-Battle-Marken, wie ich euch gesagt habe. So, wie viele Pets gibt es hier insgesamt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Pets müssten es sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach nee, das waren zwei. Genau, es waren nämlich neun. Die haben bloß das gleiche Bild, heißen aber unterschiedlich. Ich will jetzt ganz soweit auf die Namen eingehen, die sind auch vollkommen irrelevant. Wichtig für euch ist, wenn ihr Nazmir unterwegs seid. Ich habe es so gemacht, ich habe etwa hier oben irgendwo angefangen, weil da eine World-Quest war und bin einmal hier durch den Sumpf so rübergelaufen und hatte alle Pets zusammen. Ihr seht, manche hatte ich ja auch doppelt rausgeholt. Ich habe die auch alle schon auf 25 und blau aufgewertet. Da hatte ich mir die Pet-Battle-Steine vorm Add-On gesaved. Das hatte ich ja euch auch über ein Video mal geraten gehabt. Also wie gesagt, in Nazmir sind die meisten Pets, die ihr holen könnt. Und bei mir waren sie eigentlich alle auf der Strecke von hier bis hier etwa. Also ich bin da einmal lang gelaufen und hatte alle Viecher. War nichts Bäschenes. Ich bin mir sicher, dass ihr sie auch hier fangen könnt oder woanders. Aber hier kann ich euch sicher sagen, dass alles dabei ist. War eine easy Sache, ging relativ zügig. Also da war jetzt keins übelst selten. Und es scheint auch so zu sein, dass hinter jedem Pet auch alle anderen stecken können. Also es ist ja oft so, dass man zum Beispiel irgendeinen grünen Frosch hat. Der ist jetzt hier nicht, das ist jetzt exemplarisch. Und man battelt den anderen, das können alle anderen anscheinend dahinter sein. So schien es mir zumindest. Ich habe da jetzt ein paar Minuten nur verbracht in Nazmir und hatte damit die meisten Pets. So, dann gehen wir weiter ins nächste Gebiet. Und zwar Vuldum habe ich komplett ausgelassen. Braucht ihr nicht gehen. Es sind zwar Pets dort, aber die Pets sind auch in den anderen Zonen. Also Vuldum braucht ihr eigentlich gar nicht. Dann gehen wir nach Zuldersar. Und zwar in Zuldersar sind insgesamt vier fangbare Pets. Und zwar zeige ich euch die jetzt auch mal. Geben wir mal Zuldersar ein. Und ja, jetzt wird uns nochmal ein weiteres angezeigt. Wobei das den Einsiedler, diese Einsiedlerkrabbe habe ich woanders gefangen. Ich habe quasi in Zuldersar diese vier hier gefangen quasi. Und auf einen möchte ich ein bisschen mehr eingehen. Das ist der einzige, der so ein bisschen abseits spawnt. Und zwar dieser Goldkäfer. Der Goldkäfer hat nämlich nur einen bestimmten Spawnpunkt. Und zwar, wenn wir jetzt nach Zuldersar zurückgehen, ist der nur oben in der Instanz. Und zwar müsst ihr nicht wirklich durch das Instanzportal durchgehen. Sondern es gibt ja diesen Goldweg, wo ihr außen rum laufen könnt. Dann seid ihr quasi in der Instanz, aber nicht in der instanzierten Zone. Wo ihr dann ja auch zu der anderen Instanz hier laufen könnt, zu Königsruhen. Also diesen Goldweg müsst ihr einfach mal rechts abbiegen. Habe ich aber auch schon mal im Video gezeigt. Also dieser Goldkäfer ist wirklich nur hier oben. Die anderen Viecher sind im ganzen Gebiet. Und ich kann euch sagen, ich habe hier am Strand die anderen drei gefangen. Und hier quasi den Goldkäfer. Das ist der einzige Special-Age sozusagen. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar gehen wir nach Drustwar weiter. Drustwar. Jetzt werden uns hier auch wieder verschiedene angezeigt. Und zwar, Moment, ich muss auch einstellen, dass die Herkunft nur von Hausfiel-Kampf ist. Dann werden es nämlich ein bisschen weniger. Das ist auch wieder eins, was mir uns komisch... Das ist ein Quest-Ding. Das wird teilweise komisch angezeigt. Und zwar gibt es hier eigentlich nur zwei Pets. Und diese beiden Pets könnt ihr beide hier oben an diesen Flüssen. Also von hier bis hier. Da sind relativ wenige Pets. Ich muss ein bisschen auf den Respawn warten. Weil ich blöderweise mit meinem XT die weggekleaft hatte. Ja, mach das nicht. Vielleicht nimmt ihr die Übel rüber. Die kann einen Mob nicht töten. Ich dachte, ich bin besonders schlau und kleaft da rein. Und naja, das war nicht so clever. Die vier gehen gut down. Also beide Pets sind quasi hier oben. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Ich bin da vielleicht fünf Minuten gewesen. Das war's. Und die meiste Zeit war warten, dass sie nachgespawnt sind. Weil ich zwei gekillt hatte. Ich gimp. Aber theoretisch reichen euch zwei Pets. Weil ihr könnt dann einfach... Die fangen. Da sind glaube ich zwei, drei Spawns oder so. Sind da oben. Genau. Dann das nächste, was wir gucken, ist Tirasundegard. Also oder der Tirisgardsund. Genau, heißt das auf Deutsch. Da können wir mal reingucken. Warte mal. Doch, das hieß doch... Habe ich mir jetzt verdingst. Wie hieß das? Tiragardesund. Okay, ich bin mit Namen echt schlecht. Tiragardesund. Okay, da haben wir sie. Und zwar haben wir dort insgesamt fünf müssen sein. Beziehungsweise sechs. Ich habe glaube ich schon wieder einen doppelt. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf werden hier angezeigt. Beziehungsweise man kann hier noch einen sechsten fangen, der hier komischerweise nicht angezeigt wird. Und zwar habe ich diese Pets hier auch alle wieder in einem Spot gefangen. Und zwar alle hier in diesem Spot hier. Da oben sind wirklich alle Pets. Für das eine muss man ein bisschen in den Fluss reinlaufen. Aber sonst ist hier alles oben. Und dann habe ich mir noch den Einsiedlerkrebs gefangen, der jetzt komischerweise drüben auf Zandala vorhin angezeigt wurde. Der war hier unten. Der Einsiedlerkrebs ist hier unten. Geht nicht ins Wasser. Das mit dem Wasser macht überhaupt keinen Sinn. Weil ihr im Wasser kein Pet Battle machen könnt. Weil ihr nicht auf dem Boden andockt. Und dann sagt ihr euch die ganze Zeit, keine Arena ist gefunden. Das Problem gibt es, seit Pet Battle gibt. Und Blizzard, das juckt Blizzard anscheinend nicht. Also sobald ihr ins Wasser reinlauft, der Pet sieht, versucht es nicht. Ich habe das auch wieder ewig probiert, die anzubatteln. Das funktioniert nicht. Also anbatteln, kämpfen und so. Genau. Gut, okay. Soweit zu denen. Und dann kommen wir ins letzte Gebiet. Und zwar ist das quasi Sturmsangental. Und da können wir jetzt auch nochmal gucken, wie viele Pets wir hier haben. Sturmsangental. Heißt das Sturmsangental? Ich habe keine Ahnung. Ist ja egal. Ja, hier haben wir dann auch wieder einige Pets. Und zwar insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 werden hier angezeigt. Ja, an Pets. Und ich habe auch wieder fast alle an einer Stelle sammeln können. Bis auf einen. Und zwar den Flussfrosch. So rum. Und zwar, ich habe fast alle Pets in dem Bereich hier gesammelt. Ja, hier, da sind sowohl die Biene als auch diese ganzen Wasserviecher. Für die Biene müsste ich einen Ticken weiter rein. Die ganzen Wasserviecher sind hier am Fluss dran. Bis auf diesen Flussfrosch. Der ist nämlich nicht hier in dem Fluss. Der ist nur am anderen Fluss. Warum auch immer, ja. Also hier für den Flussfrosch hin. Hier für alles andere. Hier oben sind auch die anderen Viecher teilweise. Ich weiß jetzt nicht, ob es alle sind. Aber das hat bei mir geklappt. Gut, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen. Wo müsst ihr langlaufen? Ihr müsst einmal hier langlaufen. Viecher einsammeln. Einmal hier. Und hier oben ein Pad einsammeln. Dann auf Kultiras einmal nur hier oben braucht ihr es. Hier braucht ihr nur hier und hier unten. Und hier braucht ihr quasi nur hier und hier den Fluss ein bisschen langlaufen. Das war es. Also ich glaube, ich hatte noch keinen Add-on, wo die Pad-Battles so gut durchgingen. Also nicht irgendwie ewig warten. Ich denke mal, wer jetzt schon länger Achievements, Achievements Sachen macht und dann auch diese Pad-Battle-Achievements gemacht hat, der weiß, dass immer mal wieder Pets dabei waren. Ja, wo man quasi ein Ritual machen musste, um vielleicht Balot zu zitieren. Hier mit Ziegenblut und Integralrechnung und solchen Geschichten. Kennt ihr vielleicht alle diese, seine Aussagen. Also das, naja, hör mir auf. Also das war relativ einfach. Und ich denke mal, der ein oder andere kann das vielleicht hier ein bisschen nutzen. Wenn ich euch helfen konnte, dann würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.